Äh, jetzt fragt er sich wo sein Experimenten gegangen ist, das was ich gestern habe. WTF? Da kommt ne Kuh? Huh? Was war das bitte? Was geht aber über Leute? Einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute müssen wir diesem Dude hier helfen. Diesem Dude helfen. Der hat letztes Mal versehen durch Schwamm gegessen statt Käse. Und jetzt müssen wir hier auf das X gehen, um in den Körper reinzukommen und den Schwamm zu entfernen. Ja. Mhm. Genau. Okay, was hat er hier noch? Wir spielen nämlich heute die Adventure Map Asleep Nr. 2. Es gab wohl auch einen Teil 1, den habe ich jetzt allerdings noch nicht gespielt. Und ja, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch gerne an. Ich habe den oben mal verlinkt. Und ja. Genau. Ich denke, ich habe auch soweit alles gesagt. Und wir machen jetzt mal weiter. Wir gehen jetzt einfach mal in den Körper rein. Okay. Are you in? Did you make it to the stomach? Okay. Ich bin im Magen. I think so Either you've sent me into the game for the balloon Yeah Great, you are going to make the patient drink some irgendwas to get his damage working from hopefully open to whole Alles klar Er soll jetzt irgendwie was trinken und dann können wir hier weiter gehen Ich denke mal, dass ich da hochschwimmen muss Hey, aber das geht ja wieder weg Hey, was passiert hier? Ah Loll Das Wasser geht weg Okay Hat er noch irgendwas gesagt, was Also Did it really work? Klingt ja sehr überzeugend Did not even how the human body functions But okay Now Heat down the inn Noch irgendwas? Keine Ahnung Until you find the sponge Okay, also Er denkt gerade so Ja, das Ist nicht so wie ein richtiger Körper funktioniert Aber okay Und er wundert sich, dass es funktioniert hat Und ich glaube, dass wir hier rein müssen Ja Den ersten Raum war ja noch in Ordnung Aber das hier ist jetzt ein bisschen weird Ähm Ja gut, komme ich hier runter? Ja Okay, ich nehme irgendwie kein Damage Was gibt es hier unten denn so? Ah Hier ist der Did you find Den Gegenstand? Ja Es ist Nasser Und irgendetwas anderes Well, get rid of fast You're going to grow And to normal size Bisschen in den mids Okay, also wir werden praktisch in wenigen Minuten wieder groß werden Deswegen müssen wir hier alles schnell abbauen Okay, dieser Traum ist einfach nur zu dumm Aber so eine Idee mit dem Traum ist eigentlich richtig geil Um die verschiedenen blöden Äh Level in der Map reinzupacken Äh Oder reinzupacken Das Ja Hat irgendwie was nice Okay, jetzt habe ich alles abgebaut Great job Now get out of the Quickfire Pets Is going to have Ich komme hier nicht hoch Ähm Time into Oh, okay Here I can give you a quickly boost back to this damage Ah Kann ich das irgendwie rechts klicken oder so? Ah, okay Also jetzt sind wir wieder hier I think I found your ticket out of there We just gonna need a lot of more For diesem Zeug Was ich trinken soll Okay, da kommt's Bleibt es diesmal? Hey, das geht auch wieder weg Hä, was passiert hier? It's working The bubbles are making me rice Alles klar Ich habe einfach Devitation Okay, dann fliegen wir also mal den Magen wieder hoch Die Speiseröhre Ah, ne Das ist sein Mund oder was? Wie geil Wenn ich jetzt hier rausgehe You made it, congratulations Alles klar Äh, jetzt fragt er sich, wo sein Experimenten gegangen ist Das, was ich gestern Was the fuck Er hatte nämlich mal so ein Experiment, dass ein Schwein war und irgendwie fliegen konnte Aber das hat sich mehr in ein Einhorn gewandelt als irgendwie etwas Und das müsste das jetzt gewesen sein Alright, also nächster Traum wahrscheinlich Äh, when you get to the next turn, take the right When you get to the next turn, take the right Okay, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, glaube ich Gehen wir hier lang oder hier lang? Ich gehe einfach mal hier lang Great Now give me a second to get the air event Ah, der Lüftungsschacht, okay Okay, also wir suchen Also wir sind jetzt hier eingebrochen, weil wir irgendwie was suchen Ein Zauberstabe oder so Alles klar, Digga Ist hier irgendwie sowas wie ein Weltraumgefängnis oder so Okay Krass Was haben wir hier? Ein Emerald Okay All right Use your laser to break the glass Ah Können wir jetzt nehmen? Ne And now you take it as display Okay, jetzt müssen wir ihn da wohl hochlegen Okay Ich gucke mir jetzt noch um Hier haben wir ja wohl ein netter Stern Hier haben wir irgendwie Rüstungen, der den anderen Rüstung fertig macht Ein Erz Musik Ein Schwert Und normale Sachen Okay, ich würde sagen, ich blende das einfach mal hier Okay, also wir warten jetzt praktisch die Mitternacht ab Oha, wie geil Öffnet das jetzt ein Portal Nein, der ist kaputt gegangen Ist das schlimm? Ähm Nun ja Hier wartet das End Okay Guardians Ist das nicht böse? Nein, das sind sie nicht Come in, come in We have to see travelers in the ages Okay, wir haben schon lange keine Reisen mehr gehabt Wie kommst du in unser Land? I use the stuff of Okay Ich habe den Stab benutzt Hm Ähm Okay Also der aus dem Museum Wie bist du rangekommen? Ich 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 habe ihn gestohlen You stole it? We don't accept Also wir akzeptieren keine Liebe Ähm Okay Was passiert hier? Was macht er da? Holy shit Nie im Leben Hat er nicht getan Okay, muss ich den jetzt bekämpfen? Ah, die machen Damage Geh weg Jo, wie viel Damage machen die denn bitte? Ich bin tot Safe Lol Okay, ich kann weitermachen Hä, ich mache mir gar kein Damage Okay, einer ist tot Komm, ich werde den Typen doch treffen hier Der mit seinem komischen Laser Ja, der killt mich halt wieder, ne? Ist das normal? Huh You don't get it? There is no escape What happens to me? Also was passiert mit mir? Hab ich ihn gekillt? Nee Nie im Leben What? I Äh Gizmo? Was zum No time to catch up Wir haben keine Zeit zu reden Du musst hier weg Okay, kann ich dich reiten oder so? Ich bleibe einfach hinterher Let's go out of there Ja, lass uns hier weg Hä, was war jetzt das bitte? Wer ist Gizmo? Es ist dieses komische Projekt von einem Wissenschaftler von vorhin Okay Wo bin ich? Ah Äh, hä, äh Ach, das ist rückwärts Ich dachte gerade Wie heißt der? Weird Weirdo Okay Äh, have fun Ach, nee Okay Bin ich im Gamo 3? Warum bin ich im Gamo 3? Okay Hä? Was passiert hier? Hä? What? Ah, jetzt geht's wieder Hä? Was war denn das? Bitte Okay, dann lass mal hier Den Weg lang Ich weiß nicht, wo er hingeht Aber ich fürchte mal, dass ich hier in die Richtung muss Wie schnell geht es mit? Ja, okay Okay Es hat sowas von einem verwunschenen Wald Ich hab was gehört Nanu? Da kommt ne Kuh Was war das bitte? Okay Okay, was haben wir hier? Hm Okay Ich geh einfach mal weiter Okay Das kann ja nicht normal sein Was so ein geiler war das bitte? Kann einfach ne Kuh auf... What? Holy crap War das gerade der Gizmo? Ähm Nun ja Okay Ich bin gespannt Wann was noch passiert Okay Da springen einfach Schafe Da springen einfach Wölfe rüber Alles klar Juckt die einfach nicht Okay Okay Da vorne ist glaube ich zu Ende Ah Hier ist ein Pfeil Hä Ich bin da in einem Pfeil drin Muss ich irgendwas machen? Hä? Kann ich hier raus? Nein Lass mich mal ein Stückchen zurückgehen Und nochmal hinfahren Hä? Ähm ist der Fall weg oder wie was passiert hier man ich gehe mal wieder zurück weil da komme ich anscheinliche weiter okay als diese Map ist wirklich mega verwirrend was ist so geil passiert hier man was war das die kuh kommt wieder raus sie legt ein bisschen okay das war merkwürdig da vorne ist das Ziel Ziel wollte ich schon sagen oder der Anfang eigentlich was was war das hallo okay ich fürchte fast der nächste Raum ist da okay warum bin ich schon wieder unsichtbar das macht keinen Sinn okay dann reden wir einfach mal mit meinem unsichtbaren ich wenn euch die Folge gefallen hat dann schießt gerne mal den Like Button uns an und teilt das Video auch gerne mal mit Freunden und Verwandten ich würde sagen wir machen einfach in der nächsten Folge weiter die Map scheint ja noch ein bisschen zu gehen ja irgendwie ist es mit dem Spieler hier nicht ganz so gut okay dann sind wir jetzt einfach mal der hier ja okay Leute dann bis zum nächsten Mal haut rein bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal